Herzlich Willkommen zu Let's Play mit Matsch. Ich habe eine Prüfung Merlins gefunden und tatsächlich mache ich die jetzt mal. Sind hier 10 solcher rankenumwobener, köpfbedingster Statuen, also Säulen. Und jetzt schauen wir doch mal. Ich kann die zerschießen. Ja, Merlin wäre so stolz wenn ich Sachen zerstöre. Da steht er wieder, da Merlin. Ist das nicht wunderschön? Ich habe eine Herausforderung abgeschlossen und es ist total toll. Aber was genau habe ich jetzt damit erreicht? Es sprüht immer noch. Ganz feste. Habe ich jetzt einfach mehr Inventar oder nicht? Mein Inventarplatz. Wo sehe ich denn meinen Inventarplatz? Ne. Ich hatte vorher 20. Ich habe immer noch 20. Aber hier bei den Herausforderungen glaube ich. Erkundung. Oh ja, guckst du hier. Löse zwei Prüfungen Merlins. Ein Inventar Erweiterungsbelohnung. Mehr Platz für Aufrüstung. Abgeholt. Und die nächste Stufe ist 0 von 6. Ja, da muss ich nochmal 6 finden und dann kriege ich nochmal. Und jetzt habe ich Ausrüstungsplätze 24. Ich bin glücklich. Ja, schön. Wunderbar. Was hat sich sonst so getan? Ja, genau. Straßenköterfälle habe ich gelootet. Und bei der Ausrüstung habe ich ja auch Sachen gefunden. Ein Zaubererhut, der aber nicht so gut ist wie mein leckerer Hut, den ich gerade an habe. Das war es dann auch schon wieder an der Stelle. Sammlungen, Herausforderungen. Wunderbar. Da steht es. Neue Inventarplätze freigeschaltet. Vier Stück. Ja, die Frage ist, laufe ich jetzt hin? Es ist Tag. Ich könnte natürlich jetzt auch mir den Expelliarmus erstmal holen. Der würde wahrscheinlich auf dem Weg liegen, oder? Also so praktisch wie die Schnellreise ist, ist schon ein bisschen Immersion geht da verlor, wenn ich mich jetzt einfach dahin beame. Also vor allem jetzt am Anfang, wo ich ja die ganzen Ecken und Enden hier noch gar nicht so richtig kenne, entgeht mir ja alles, was es so zum Entdecken gibt. Wenn es denn was zum Entdecken gibt. Wasserfälle. Und dergleichen. Es ist erstaunlich viel, wie soll ich sagen, Schülerverkehr unterwegs. Ja, komm ich jetzt nicht drüber? Nö, komm ich jetzt nicht drüber. Ja, doof. Anlauf nehmen und dann. Ja, dann geht's. Das sieht jetzt schon auch interessant aus. Fast schon so, als ob da mal ein Gebäude gewesen wäre oder sind das Fels von uns. Hier drin gäbe es Dinge zu erforschen. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Ja, du sagst es immer, gell? Dann lass uns doch jetzt den Eulenturm Quest mal machen. Ja, da ist irgendwie eine Art Burg, die aber sehr verfallen ausschaut. Da hat keiner Reparo gemacht. Und da hinten ist das Quidditch-Feld. Coole Sache das. Das ist riesig. Na, hier gibt's Pilze. Das sind ja auch irgendwie Bauern gehöft. Upsala. Das schaut mir wie ein Käfig aus. Da ist seine Kiste eingesperrt. Ja, da geht's wohl rauf. Am Bach entlang. Ach, da bin ich vorhin den Weg da nach unten. Dann geh ich jetzt mal rauf auf den Berg. Gucken wir mal. Was die Eulerei so zu bieten hat. Das Programm möchte gerne, dass ich anders gehe. Also die Navigation ist irgendwie... Doch, jetzt bin ich wieder richtig anscheinend. Gut. Auch er hier möchte gerne seine Glas... Einer Verzetter. Irgendwie so eine Glastube. Da ist irgendwie... Da schwappt irgendwas drin. Das ist schon... Schon steiler Weg hier. Da ist die Eule. Und da drinnen gibt es eine Kiste. Die Statuen, die Mr. Ollivander erwähnte, müssen oben bei den Eulen sein. Gut. Drachenaugenbrille mit goldenem Gestell. Na, fühlt ihr euch hier wohl? Ihr Eulen. Es ist genug Platz, mich irgendwo hinzusetzen. Ignoriert mich, Eulen. Ich will nur jemandem helfen. Ignoriert mich, Eulen. Wo sind diese Statuen? Da guckst du. In der Eulerei von Hogwarts gibt es Schuleulen und Eulen im Besitz von Schülern. Der Ort sollte mit Vorsicht betreten werden, um nicht die Nähe hinterlassen schafften der Eulen oder auf wieder hochgewirkte Meuteüberreste zu treten. Ja, lecker. Schmecker. Mit dem Aufrufezauber sollte es klappen. Ich kenne diese Griffe mit dem Aufrufezauber. Ja, natürlich. Mit dem Aufrufezauber. Aber was mache ich dann? Keine Statuen hier. Ich meine, auf den Gedanken ist doch auch sicherlich von Mr. Oll. Eine Statue. Jackdaw Statue. Was ist das? Leere Stangen. Könnten groß genug für Dohlen sein. Oder Dohlen-Statuen. Leere Stangen. Ich mache hier alles kaputt, aber ist in Ordnung. Oh, nochmal. Danke, das nehme ich. Danke, das nehme ich. Das nehme ich. Natürlich. Ich suche lieber weiter. Ja, such mal weiter. Noch eine Statue, die ich wo platzieren kann? Da ist schon eine platziert. Da komme ich gar nicht hin. Ah. Das ist daneben sozusagen. Und hier ist noch mal was. Kommt noch mal ein. Ja. Die setze ich natürlich dann. Aha. Da fehlen mir also dann noch mal zwei. Das kann ich gebrauchen. Das kann ich gebrauchen. Tja. Das war es jetzt aber. Das heißt, es fehlen jetzt hier noch zwei. Zwei dieser Statuen. Ah, da oben. Gibt es ja noch jede Menge von der Sorte. Vögel haben keine Höhenangst. Ich sollte weiter oben suchen. Vögel haben keine Höhenangst. Oh, hallo Eule. Freue ich mich jetzt da an, die alle mache. Ist das so ein Teil, was ich hochhebe muss? Jawoll. Ähm. Die fliegen sich dann nach unten. Oh. Eine nette Überraschung. Allerdings. Ich mach den gesamten Eulenform kaputt. Danke. Das nehme ich. Hm. Ich such lieber weiter. Mhm. Such mal weiter. Hier gibt es ja dann noch. Das kann ich gebrauchen. Keine Statuen hier. Ja. Ich hoffe, die liegen alle schön da unten und die spawnen mich. Nichts. Hm. Ich such lieber weiter. Ich glaube, jetzt habe ich alles, oder? Schaut so aus. Nein, 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 nein. Dankeschön. Geld. Statue. Statue. Geld. Geld. Hab ich alles. da wird jetzt noch was hier runter geflogen sein aber gucken wir mal was geht hier vor da gibt es doch einen platz der noch höher ist hallo kann das sein hat jemand nach all den jahren mein rätsel gelöst wirklich gut gemacht wenn du etwas verstecken willst hast du den perfekten ort gefunden richard jackdorf stehe zu diensten er will sein familien zauberstab zurück meine güte den zauberstab habe ich komplett vergessen ich habe ihn nicht dabei ich bin fast sicher dass ich ihn fallen ließ als ich in der höhle geköpft wurde töricht es doch war der karte zu folgen welcher karte wirklich albern ich habe sie auf vergebten alten seiten gefunden die pif stibitzt hat ich wollte damit ein mädchen beeindrucken aber das ist eine andere geschichte du hast also ein zauberstab gestohlen bist einer karte gefolgt die du von pivs hattest und die hat dich ins verderben geführt so absurd verkürzt klingt das zwar seltsam aber ja was schert dich ein alter zauberstab er ist nicht für mich sondern für alle wänder ich will nur die seiten könnten sie bei dem zauberstab in der höhle sein allerdings ich hätte da eine idee warum treffen wir uns nicht am rand des verbotenen waldes ich würde dir gerne zeigen wo sie sind wie hast du denn deinen kopf verloren wie du gestorben bist ist klar aber wer hat dir das angetan beim umschauen habe ich plötzlich eine erfrischende brise gespürt danach war ich ganz nun benommen mehr weiß ich nicht daher solltest du die höhle nicht unvorbereitet besuchen warum genau kann ich nicht sagen aber du wirkst scharfsinnig vorsicht vor einem leichten lufthauch wahrscheinlich eine falle oder so was warum hast du den zauberstab geklaut warum wolltest du den zauberstab von mister alle wenn das familie die familie schwärmte immer davon wie besonders er sei also habe ich ihn genommen wer könnte da widerstehen leider konnte ich damit mein hals auch nicht retten ich wollte ihn zurückgeben als ich erfuhr dass er nur aus sentimentalen gründen besonders ist doch wie du siehst hatte ich nie die gelegenheit dazu und wie kannst du pips irgendwas weg ist es möglich ein poltergeist wie pips zu bestehlen ich habe die seiten nicht seiner geistergestalt geklaut ich fand sie nur auf seinem pfad der zerstörung er neigt dazu sachen kaputt zu machen bücher flaschen rüstungen was auch immer das meiste chaos verursacht bestimmt hat er gar nicht gemerkt dass sie weg waren okay dann sehen wir uns im wald dass die einzige möglichkeit ist die seiten zu bekommen treffen wir uns dort wenn dir der anblick meines nun enthaupteten gerippes nichts ausmacht gehören der zauberstab und die seiten dir ja schön dann bin ich jetzt 14 geworden sehr gut ich habe alles eingesammelt dann könnte ich ja rein theoretisch hier jetzt wieder aus dem eulen turm verschwinden du trägst schon wieder so ein da ist irgendwas drin was ich nicht erkennen kann vielleicht sollte ich es auch gar nicht erkennen wollen gut schöner ausblick hier ich glaube ich sollte mir ganz genau überlegen was ich als nächstes mache je ja ja Vielen Dank.